Leberkünz zu mir, 6. Januar 2017. Eine Vorgabe von mir, alle Klassen in einem Teilnehmerkrieg. Freilo, das ist möglich. Luther James Wagner, Post SV Nürnberg, R&D, gegen meinen ehemaligen Mannschaftskameraden, der sich sozial sehr engagiert, politisch versucht, auf lokaler Ebene etwas zu bewegen. Tisch Nummer 3, Marc Jarosch gegen Klaus Böhm, R&D, gegen Herrn Schroffi, 5 Punkte. Vielen Dank.